So, willkommen zurück zu Dark Souls 3 Cinders und wir machen jetzt weiter hier im zweiten DLC. Hier waren wir stehen geblieben, ich habe mich nicht vom Fleck gerührt. Und die Items liegen immer noch dort und die holen wir uns jetzt und machen jetzt weiter. So, schnell hoch. So, gucken wir mal, was das ist. Okay, dann einmal so die Lager abchecken. Da liegt auch noch ein Item. Hm, ist das jetzt von einem Toten? Das ist die Frage. Nein, wir machen weiter. Ich glaube, das war von einem Pilz. Okay, jetzt kommt die Hexe, ne? Die, ne, nicht die Hexe, die Wüstenpyromantin. Die es hat. So, du kommst erstmal weg. Und ihr, ihr seid schon ziemlich gefährlich. Wenn ihr trifft. So, machen wir erstmal hier die Gefolgsleute. Ja, komm her. Visier mal ihn an. Und jetzt den. Und jetzt kämpfen wir Frau gegen Frau. Hält es aber nicht viel aus. Na? Vielleicht mache ich mir gleich mal eine Spezialattacke. Du auch? Ich habe auch was. Das ist ja krass. So. Wo sind denn diese geilen Ringe hier, ne? Ring der Gunst 3, Hartstahlring. Okay, jetzt muss ich auch wieder aufpassen. Okay, ja, super. Komm her. Wir kämpfen hier. Ich kämpfe doch nicht mit dir da auf dem Baum. Weil ich ja runter. Auf geht's, komm, mach deinen Schlag. So. Sehr gut. Die Waffe ist geil. Die Kralle. So, schnell, 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 schnell. Nein, 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 schnell, 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 schnell. Oh, fuck. Nein. Oh, Gott. Wo müssen wir hin? Wie war das nochmal? Darunter. Der Beschwörer ist unten. Okay. Ja. Wir machen mal so. Ich will kein Risiko eingehen. Auch ein bisschen Leben hilft. Okay. Renn. Renn, 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 renn. Oh, ja. Oh. Ein Löschfeuer. Oh, shit. Okay. Okay. Hältst du aber viel aus. Das ist nicht fair. Nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, jetzt ein Löschfeuer. Oh, sei Dank. Ich komme doch nochmal, komme ich eigentlich nicht nochmal hier runter? Das ist natürlich doof jetzt. Ich dachte, ich konnte nochmal hier. Doch, das geht doch, oder? Komm doch hier runter. Ja, doch. Na, da. Irgendwann den nehme ich auch noch rum. So. Tschüss. Mimic. Mach's nochmal hier mit Blitz. Macht's doch Spaß, nämlich. Und in dem Poppes. Alles klar. Dämonen-Sperr. Dämonen-Sperr. Okay, ja. Kann ich nicht tragen. So, dann würde ich sagen... Wir gehen von hier. Das ist doch... Also, hier kann ich, glaube ich, nicht hoch, aber, oder? Ja, war klar. Okay. Genau. Boah, mir wird ja schwindelig. Genau. Wir können uns von oben runterfallen lassen. Und man den nervigen Engel da am Anfang kaputt machen kann. Okay, wir sammeln erstmal oben die Items. Bisschen Zeit haben wir ja. Okay. Okay. Ja. Wie viele... Da. Ja. Ja. Titelitbrocken. Na, du liegst noch immer hier? Immer noch hier? Na klar So macht man das Pee kacke Sonst nix Nicht so einen geilen Ring wieder Wo sind denn meine Ringe? Oh da ist auch noch ein Item Oh ja da muss ich aber eine krasse Runde drehen Jetzt Okay schau mal nochmal hier Ups Was macht ihr hier? Na ja Hi Okay Dann ist wohl nix mehr hier Na klar Wie komme ich da nochmal dran? Warte mal Bin ich von dort? Komme Oder Warte mal Kam ich von hier da dran eigentlich? Ne Wie war das nochmal? Ich habe schon vergessen Ne Nein Warum auch? Wie war das nochmal? Na jetzt bin ich hier unten Warte mal Wenn ich von oben Komme Dann laufe ich eigentlich da lang Ne Ähm Wie war das nochmal? Voll vergessen Naja ich lasse es sein Geh mal zum Boss Geh mal zum Boss Guck vielleicht nachher nochmal Hm Wie war das nochmal? Das war doch von hier ne? Irgendwie Nein Komisch Hm Naja Du bist nicht mehr da Dann reisen wir mal zum Ich feiere Okay Dann Nehmen wir Gale mit Und wir nehmen auch Patches mit Der ist ja hier ne? Wisst du das? Ja So Nehmen wir auch mit So Seid ihr soweit? Ne Patches Noch nicht soweit Der muss bestimmt jemanden runterschubsen Erstmal So Ähm Ich lasse mal die Krallen einfach mal Den nehmen wir auch noch Beim Kampf Auf geht's Auf die Gäsche Komm Va Holl Du bist um Lest Notre Ich lasse mal Best Um est und Was Во Wir Und H mim прилож Das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nimm mal den Bissier. Cool. Und springen. Jawohl. Bleib stehen, bitte. Yes. Danke. Sieht schon krass aus. Ja, da gehen wir hin, ne? Darunter. Aber da hoch nicht. Da gehen wir auch noch runter. Okay. Oh ja, wer bist du denn? Läu... Dachsholz 2, oder was? Tut mir leid für dich. Uuuuuh. Oh. Ähm. Okay, ich bin im Arsch. Seit wann bist du denn in der Luft da oben? Und du auch. Yay. Okay. Okay. Davon haben wir genug. Jetzt nehmen wir aber unser Schild. Ist hier ein Item eigentlich unten? Nein. Nein. Du dicke Schirr. Ich komm gleich. Hält mal ein Schild was aus, eigentlich. Tschüss mal, bitte. Nein. Nein. Nein, was mache ich denn? Ich will von hier. Okay. Okay. Wir müssen mal den, ähm, den Beschörer killen, aber das wird nicht einfach. Wie machen wir das jetzt? Du bist wieder da, alles klar. Wo muss ich denn hin? Hm. Das ist natürlich... Komm, schnell hoch. Okay. Wer bist du denn? Wann, seit wann denn? Ach du Scheiße. Ja, klar. Jetzt geh mal weg. Oh ja. Oh ja. Wie viel Leben hast du noch? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ach du Scheiße. Okay, ich bin tot. Ich bin sowas von am Leben. Lebst du noch? Ah, du bist tot. Auf Wiedersehen. So. Ähm, ein Wunder. Alles klar. Okay. Gucken wir mal, ob hier Items liegen. Ja, nicht. Okay. Na klar. Ist das eine Mimik? Ja, klar. Eine Mimik, ja. Das sind ja zwei Mimik. Komm her. Komm raus. Komm raus. Oder bleib. Was hast du denn da jetzt? Okay, du hast ja schon mein... Äh, hab ich Reparaturpulver? Natürlich nicht, hab ich nicht. Ich hab keine Reparaturpulver. Machst du das jetzt nochmal, oder was? Egal, komm. Du hast bestimmt eh nichts drauf. Hab ich mir fast gedacht. Alter, die sind ja alle kaputt bei mir. Auch mein Katana, oder was? Aber, der macht noch genug Schaden für dich. Komm, wieso hab ich keinen? Ja, heil dich. Nein. Ach, du Scheiße. Das ist gekillt. Alles ist kaputt. So, was hab ich jetzt bekommen? Das hier, ne? Okay. So, jetzt brauch ich erstmal eine andere Waffe. Nehmen wir uns hier. Okay, dann kann ich sogar tragen. Das ist gut. Und das brauch ich eh nicht. Okay. Das ist so ein Herr mit dem geilen Stuff. Oh ja, mein Lieblingskleid. Ich hab dich schon getragen. Ich geb's zu. Okay. Gehen wir zum Neuschfeier. Wir brauchen Reparatur. Okay. Okay. Willst du mich runter schubsen? Willst du mich runter schubsen? Brauchst du nicht, weil ich ja so dämlich bin und mach. Ich bring schon selber runter. Geiße. Ja. So easy, ne? Und das kurz vor dem Leuchtfeuer. Super. Okay. So. Ähm, ja. Ja, ich hab ja gar keine sehen. Okay, egal. Wir nehmen das. Ähm. Ist er? Ah, der bleibt für immer tot, oder was? Das ist natürlich gut. Alles klar. Dann ist das ja nicht so schlimm jetzt. Oh, siehst du? So. Der Nidbrocken. Ah, man übersieht schon vieles. Ich hab wahrscheinlich viele, viele Drohnen übersehen. Ja, davon gibt's aber auch sehr viele, ne? Ja. Ja. Ach, hier sind meine Seen. Und jetzt. Und jetzt stirb. Na? Naja, ich weiß schon. Gut, meine Waffe macht trotzdem noch schein. Ich weiß, dass da einer oben ist, ne? Komm. So. Na, was geht ab? Ähm. Super geschossen. Super geschossen. Maul halten, bitte. So. Na. Komm rein. Kein Leuchtfeuer. Scheiße. Komm, Baby. Warum wartest du denn? Na. Auf geht's, komm. Ja, klar. Ja, klar. Na. Nicht nochmal. Ah, okay. Cool. Kann ich meine Sachen selber reparieren eigentlich? Ja. Ja. Okay. Dann war's das mit dem Part. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Having me. Ciao. Ciao.